Ja, hallo, grüß euch noch einmal. Ich wollte heute nicht so viel reden, wie das letzte Mal wegen der Fische und seinen Dingsbums. Gabalier, oder wie das heißt, steht für Maria Rauch-Kallert. Und ich wende mich an und gegen sie, weil sie den Gabalier wegen der Bundeshymne so fertig gemacht hat. Für dich, Maria, Menschen. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Und wenn ich tot bin, wäre ich nicht tot. So schwimme ich so viel Toten entgegen. Toten fischen ohne Leben. Über ihren Köpfen, ein Kerzenschein. Kann denn das, wir heiligen Schäzen, ganz verwundet, schau's mir an. Das ist auch so, wie im Fantasyland. In Wirklichkeit, daunz' ich in einer Lacken. Um mich herum, daunz'n tausend Kakerlacken. Keine Fisch mehr, wo ist der Haken? Ich bin der letzte Mohikaner. Von den Indianern nur noch einer. Fische kommen und gehen. Kakerlacken, ja trinken. Menschen bringen sich gegen das selte Ego. Aber ich, aber ich, ich lasse die Melanzani lieber noch a bissl länger im Marathon. Menschen bringen sich gegen das selte Ego. Menschen bringen sich gegen das selte Ego. Menschen bringen sich gegenseitig. So, meine liebe Maria, bitte sehr. Ich hoffe, du überlegst dir, wen du als nächstes zu deinem Ehemann nimmst, weil ich glaube, Bouillé tut dir nicht gut. Und jetzt habe ich zu viel erklärt. Jetzt mache ich noch etwas Meinungsforschung im Zentrum der, von der Piper-Petrovsker-Forschung bei Harald Manfred Jensen. Tschüss und 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 Tschüss